Hallo zusammen, schönen Abend oder wann auch immer Sie diesen Film sehen. Mein Name ist Christian Schlegel und wir haben heute Freitag, den 19. November, 19.17 Uhr. In diesem kleinen Clip geht es wie immer am Freitag um den Dachs. Und das wird auch heute endlich mal ein Tag mit Bewegung, meine Güte. Wenn ich diese letzten Tage hier alle sehe, bis auf den, was ist das hier, Dienstag, war das ja insgesamt eine ziemliche Mühe und überwiegend langweilig. Aber es ist heute endlich mal Bewegung, 16.300, 16.100 und dann wieder hoch und schön soweit. Ich habe hier mal einen kleinen Kanal gezeichnet. Ich kann den sogar noch ein bisschen größer machen, dass man den besser sieht. Und zwar mit einer größeren Stärke. Jetzt seht ihr ihn besser. Wir sind aus diesem Kanal, der kommt von Mitte, was ist das? Das ist der 6. Oktober. Als wir bei 14.800 waren, kann ich den hier schlicht und ergreifend hochziehen. Wir waren da drunter. Wir waren auch unter der 10-Tage-Linie. Das ist diese hier. Waren wir drunter, schließen da wieder drin. So gesehen, okay. Aber, jetzt mache ich mal das Faden kurz raus. Wir haben verschiedene Probleme. Das eine ist dieser Doji hier, den wir hatten am Mittwoch. Der ist immer noch existent. Der wurde nur minimalst überboten. Gestern und heute leicht angeknabbert. Der ist immer noch existent. Der liegt etwas, der liegt an der 16.300 mit dem oberen Bein. Jetzt, wie gesagt, sind wir hier durchgegangen. Wenn ich das hier so sehe, sieht es aus wie so ein kleines Rounding Top. Wir haben noch keins, aber doch ziemlich sicher kommendes Verkaufssignal. Über die traditionelle Sichtweise im MACD. Und wir sind über die moderne, sind wir schon leicht negativ. Heute hier und jetzt gibt die Stochastik ein Verkaufssignal. Und das ist ein anderer Eintauchwinkel als der hier, den wir hatten am 01.11. Also, ich möchte mal so sagen, man muss jetzt ein bisschen vorsichtiger werden. Nach dieser langen Strecke von 14.800 hoch bis zur 16.300 hat der DAX sich jede Pause verdient. Auffallend ist, dass sowohl DAX, aber auch DAO eher fallen, während lediglich der Nasdaq noch ein bisschen steigt. Jetzt lassen die Nasdaq mal 1% fallen. Dann, und wir kommen gleichzeitig hier unter diesen Trend, dann sind wir relativ flott an der für mich sehr wichtigen Unterstützung von 16.000. Die kommt von hier hinten her. Das war im August und hier nochmal Ende, das ist sogar schon Anfang September. Und die verbindet sich mit der 20-Tage-Linie. Die wird also am Montag da oben sein. Die sollte sogar schon über 16.000 sein. Das verbindet sich dann hier. Das heißt, das ist ein Cluster, was wir dann hier haben. Das sollte auf jeden Fall mal kurzfristig halten, aber wehe, wenn wir durchgehen. Wenn wir durchgehen, haben wir als nächstes hier dieses kleine Gap. Das muss Faden kurz wieder reinmachen. Dieses kleine Gap hier vom 3.11. und da war der Schlusskurs bei 15.959. Das ist dann so die, sagen wir mal, Toleranzlinie. Bis dahin kann der dann auf jeden Fall fallen. Also im Moment rate ich tendenziell eher mal zur Vorsicht. Das ist die Pause, die erfrischt. Und vielleicht, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, benutzt er diesen Punkt hier 16.000, also eine Art Sprungbrett, um nochmal hochzugehen. Aber das müssen wir sehen. Das wäre jetzt Spekulation und ein Spekulant ist ein Tier auf einer Dürrenweide. Da würde ich nicht unbedingt dazugehören. Also ich rechne aber damit, dass wir hier diesen Bereich um die 16.000, dass wir den Montag, sagen wir mal Dienstag spätestens mal anknabbern. Also mir gefällt das jetzt hier kurzfristig mal nicht so, ohne dass ich jetzt hier die Hürde beleihen muss und short gehen muss. Aber ein Long tue ich mich hier momentan schwer. Long kann ich erst wieder gehen, wenn wir ca. 30 Punkte über dem letzten Hof sind, also 16.330. Wenn wir das machen, dann kann ich mir das durchaus noch überlegen, aber vorher nicht. Und diesen Punkt hier bei 16.000 unbedingt im Auge behalten. Ich habe hier Scheine mitgebracht. Das habe ich gelernt vom letzten Film. Ihr möchtet es kennen, die wir so haben hier. Ich habe einen Korn ausgesucht, für den Fall, dass wir über die 16.330 gehen. Das ist die Basis 15.888. Damit sind wir sowohl unter dieser horizontalen Unterstützung, als auch unter der 20-Tage-Video und unter diesem Gap. Das hat also schon, für den Fall, dass wir mal kurz so durchschlagen, so eine lange Lunte machen, ist der relativ weit weg, hat aber einen Hebel von 50. Das ist kein Verschreiber hier. Das ist schon nichts Ding, weil ich sehe keinen Grund, hier unten irgendwo einen Schein zu nehmen. Die kennen wir mal GX3JXQ. Für den Put, da bin ich ein bisschen moderater, mit dem Hebel von 28, das ist die 16.724. Da muss ich mal den Chart hier runter machen. Da sind wir also noch hier, oberhalb der oberen Begrenzung von diesem Kanal. 16.724, Hebel 28, und das ist die Kennenummer GH2ZTR. Und der liegt nah genug dran, dass der viel Spaß machen kann, wenn wir wirklich die 20-Tage-Linie und diesen horizontalen Unterstützung hier bei 16.000 unterbieten mit Schlusskurs. Dann ist das ein schönes Ding. Kann man natürlich dann näher dran gehen, aber jetzt hier aus heutiger Sicht halte ich den für durchaus angemessen. Also, ich glaube schon, dass da noch ein bisschen Bewegung reinkommt. Ich meine, ich bin ja noch die ganze nächste Woche da, aber danach, dann eine Woche weg, wahrscheinlich verschiebt sich dann die Bewegung auf die Woche ab dem 27. November. Aber das müssen wir mal gucken. Es haben einige Werte in dieser Woche ziemlich gelitten, sowas wie Lufthansa, auch eine Bayer, aber Bayer ist, also mittlerweile, ich handle die gar nicht mehr. Das gebe ich auf, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das macht keinen Spaß. Lufthansa, sehr heftig gefallen, von 7,15 auf 5,87 war das Tief. Es gibt auch andere Werte, die machen sich das für ganz gut hier. So eine Nokia zum Beispiel, kommt dann ordentlich hoch wieder. Es bleibt spannend. Ich bin lieber in den Einzelwerten als im Index. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.